Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Eastworld. Äh, Eastworld? Ja, keine Ahnung. Ihr wisst schon. Ihr habt ja draufgeklickt, weil ihr wisst, was ich gerade spiele. Ah, wir sind wieder hier. Wir haben es rausgeschafft. Und jetzt sind wir hier. Lass uns zurück zum John... John, komm, das Fest geht bald los. Ja, let's go. Ab zum Fest. Kann ich jetzt hier runter? Nein. Ja, gut. Ich kann hier mal speichern. Darf... Muss ich jede Folge machen? So. Schon, dass er Abendrot. Ich könnte... Ich hätte mich auch hinpiemen können, oder? Mit Schnellreißer. John! Du bist unverletzt, oder? Im Wald kann es nachts ziemlich gefährlich sein. Kein Problem. Uwa! Wir haben es gefunden, dass... Was? Fühl... K... 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 Was? Das Flugferkel. Achso. Ja, nicht schlecht. Es hat gesagt, dass es keinen Ärger mehr macht. Er hat es dir gesagt. Aber klar, mit seinem eigenen Mund. Aha, wie schön. Komm, wir gehen zum Holz... Holzball. Alle werden auf... Auf dich. Alle warten auf dich. Okay, let's go. Und wo ist der Holzball? Ich gehe mal hier rum. Das sieht jetzt aber nicht gesund aus, so grün. Morgen ist Erntetag. Ernte, was ist das? Dann sammeln wir die reifen Früchte von den Feldern ein. Unser Essen für das nächste Jahr. Das ist ein sehr wichtiger Tag für das Dorf. Das klingt ein bisschen wie auch der Sonnenscheinfarm. Aber was ist mit den unreifen Früchten? Was macht ihr damit? Nun, ich denke, wir verbrennen sie zusammen mit den Strohverbrennern. Ja genau, nächstes Jahr wächst dort dann etwas Neues. Björn, hast du das gehört? Diese arme Früchte? Du bist wirklich sehr mitfühlend, Sam. Ja, denkt mal an die Früchte, Leute. Komm, wollen wir reingehen? Das Fest geht bald los. Party! Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen wie in Stardew Valley, nur halt mit anderen Charakteren. Ah, der ist schon wieder. Der Hund. Ah, uah. Und, und, äh. Schon vergessen. John, sag jetzt nicht, du hast mich vergessen, du komischer Kauz. Hoho. Ja, ja, John, natürlich. Mir kämen zu Ohren, dass ihr beide wisst, wie man sich auf eine Farm nützlich macht. So habe ich das nicht gesagt. Ach ja, und wer das denn bitte, die John mit Lob überschütten. Er würde es zwar nie zugeben, aber er ist restlos begeistert. Gut, 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 dann gesell euch zu uns tapfere Besucher aus der Ferne. Wir wollen dem Gott der Berge mit einem großen Fest unseren Dank erweisen. Ja, danke, großer Geist. Hey, Leute, ist, es ist Zeit dafür, dafür. Oh ja, ich liebe es. Was? Was? Ich will es wissen. Und in der nächsten Folge. Nein, nein. Alles bereit. Das wäre es. Ah, ein Foto. Mal sehen, mal sehen. Hä, was ist denn auf einmal los? Oh, es wird Zeit für ein, unsere wichtigste Tradition. Ein Dunkelkasten-Zeremonie. Dunkelkasten-Zeremonie? Was ist das? Wir stellen uns alle nebeneinander hin und dann rufen wir ganz laut Ameisen-Scheiße. Ameisen-Scheiße? Gut. Das hilft uns, den Augenblick für alle Ewigkeiten festzuhalten. Ameisen-Scheiße? Oh, wow, das klingt echt cool. Kann ich eine coole Pose machen? Jan, komm schon. Mach eine coole Pose. Ja. Äh. Ameisen-Scheiße. Und noch ein... Nichts. Okay. Jetzt. Ameisen-Scheiße. Das wird großartig. Eins, zwei, drei. Papsch. Und du meine Güte, was ist passiert? Ich kann auf einmal nichts mehr sehen. Was in aller Welt war das? Das Nächsten... Mädchen? Das Mädchen ist... War es das Mädchen? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, was das war. Ein Blitz... Blitzlicht. Ein Blitzlicht. Natürlich, das Ereignis des Dunkelkassens wird dadurch viel schärfer. Gelobt sei der Herr, der Gott der Berge. Wir sind dieses Jahr sehr... Freuen. Gelobt. Gelobt. Er wird sich freuen. Immer so nette Geschichten hier. Ding, ding. Ding, 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 ding. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt da runter wieder. Hm. Aber vorher... Vorher mache ich nur was anderes. Hier. Da, rein da. Bam. Und... Drei Münzen. Perfekt. Und... Nochmal drei Münzen. Die Ratte. Jetzt fehlt uns noch der Stein und... Der Zombie? Ja, der... Ach, es sind jetzt neue? Okay. Der oberste Preis, den hätte ich gern. Kriegen wir ihn? Den Stein haben wir zumindest. So. Komm. Glück. Glück. Glück regelt. Das ist ein Goblin. Das ist ein Goblin. Ja. Jetzt fehlt mir noch der ganz oben. Ah, nein, haben wir schon. Schnell. Schnell. Komm. Jetzt haben wir fast alles außerdem ganz oben. Zwei Versuche noch mit dem hier. Komm. Ach, wieder ein Stein. Ein Versuch noch. Komm. Bitte. Ach, nur die Ratte. Der ganz oben fehlt. Schade. Schade, schade. Okay. Ausverkauft. Mhm. Okay. Ich muss jetzt wieder da runter. Kann ich da... Ich kann nicht schnell Reise machen. Okay. Hier. Was ist jetzt los? Es gibt noch zwei weitere Waffen. Ein Upgrade für die Pistole. Ich habe aber nicht mitbekommen... Was das Upgrade jetzt für die Bomben gemacht hat. Machen wir jetzt mehr Schaden? Ich habe nur zwei Teile. Hm. Okay. Ja, dann gehen wir mal los. Oh. Schon wieder eine Frequenz. John, ich kann nicht mehr. Oh. Komm hoch. Ja. So sweet. Oh, sie schläft schon. John. John. Ich bin so froh, dass du zum Fest gekommen bist. Und ich... Du natürlich auch, Sam. Und Jasper auch. Ich wollte dir nur sagen, du bist wirklich ein erstaunlicher Mann. Ich habe in all meinen Jahren noch keinen Jäger wie dich gesehen. Ich bin so stark und talentiert und gut aussehend. Aber das sagen bestimmt alle nicht. Nur ich... Ich bin... Ich denke, ich könnte meine... Flüge... 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 So lecker. Flüge... Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Flüge... Flüge... Meine Güte, was ist nur mit, nur in mich gefahren? Nicht vergessen. Morgen bei mir gestücken. Fluchwerke, Schnitzel. Ah, ist zu gut, zu gut. Ich habe jetzt noch eine Härte erhalten. Ich kann nichts mehr sehen. Das ist der Zug. Der hat Beine. Das Spiel sieht schon ziemlich faszinierend aus, oder? Der Pixel-Look gefällt mir richtig gut. Oh, gruselig. Was ist jetzt los? Bum. Hallo? Ist jemand hier? Schon wieder zu spät. Wer ist da? Gut, ihr seid noch am Leben. Ihr müsst schnell zum Bahnhof. Das Miasma ist gekommen. Kommt zurück. Das Dorf ist... Nein. Überlass das Dorf einfach mir. geht zum Bahnhof. Geht zum Bahnhof so schnell, ihr könnt. Worauf wartet ihr noch? Nee, oder? Ja. Ich fühle mich nicht gut, John. Ich fühle mich nicht gut, John. John. Die Kleine. Die Kleine. Schmidt. gravitzus. Wenn du kommst dir dazwinkern. Wir kommt länger. Schnell! Wir müssen zum Bahnhof zurück. Du musst sie tragen, wenn es nicht anders geht. Gut. Ich will aber wissen, was passiert ist. Schnell. Ihr könnt es noch durch den Wald schaffen. Sie sehen. schaffen. Geht schon, John, los und schau nicht zurück. Überlass das Dorf mir. Überlass das restliche Dorf mir. Ihr müsst nur irgendwo zum Bahnhof. Ach, Mist. Wieso verschwinden die jetzt alle? Und wie komme ich zum Bahnhof? Ich kann hier aber irgendwo lang. Hier, oder? Ist hier was? Okay, hier gibt es nichts. Was ist mit der Kleinen los? Wieso leuchtet sie? Miasma? Ich muss los. Aber was? Okay, habe ich nicht geschafft. Was ist das? Fortsetzen. Was? Okay. So, uh, Das ist schon wieder das Miasma. Es ist uns auf dem Pferden. Hä? Hä? Kann ich hier irgendwie durch? Ach, okay, so. Da kommt das Miasma. Alter. Okay. Ja, 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 okay, let's go. Let's go. Okay. Mit hier. Uiuiui. Ich fühle mich gerade ein bisschen gestresst. Hm. Was bringt das? Oh, nein. Oh, come. Wo startet das jetzt wieder hier? Das ist ja richtig anstrengend. Ah, brauche ich. Nein. Ciao. Oh. 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 Und das war so doof von mir. okay noch mal noch mal jetzt weiß ich es besser ich mache zuerst die weg Oh Herzen Nein Okay Benutzen? Ja Oh Gott Ich werde wahnsinnig hier So So Nein Wieso geht das nicht? Wieso ging das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht Ich musste doch rüber Dann so rüber, oder? So Okay So Oh Gott Ist das stressig So Ich gehe nach oben gleich So So Ah ja Ist schon gut Oh Gott Hab ich es jetzt geschafft? Sind umschlossen Nein Beschützt sie mich? Es ist dann wohl so weit Oder? Nicht schlecht Denn bin ich jetzt wohl an der Reihe? Von dem Tier Frische Luft Alter Freund Ich hab mich lange nicht mehr Auf diese Weise bewegt Prima Du hast Energie Energiestoß erlernt Nimm ihn mit Zeig dich Wer bist du? Mutter Hat es angefangen? Alles vorbereitet ist? Die Ernte schon begonnen hat? Diese Schatten Diese Schatten Die Erinnerung Komm Mama Und nimm ihn mit Mama Hier ist dann halt Die Erinnerung Und die Erinnerung zu das reicht jetzt lass uns allein aber mutter es reicht deine dienste werden nicht länger gebraucht er hat es geschafft okay ich muss zurück ich muss sie retten dass es endlich dort ist nichts mehr gar nichts geh weg du vielfarbige halunke hinterwäldler stroch rüpel nenn mich ruhig wie du willst du musst diese dies beiden zum zubringen solange noch zeit ist dies beiden sam john ihr seid unverletzt aber aber was ist mit dir kommst du nicht mit ich bin mein ganzes leben lang weggelaufen wer ist er was ist hier los der zug raste von die lichter der 1 zeit rot durch die schwarze nacht das schade dass ich das nicht lesen kann ich muss das in der nachbearbeitung lesen schade dass ich das nicht stoppen kann albtraum ja das war ein albtraum hier aber leute fortschritt speichern leute das war es wieder für bis hier an vielen dank dass ihr zugesehen habt was in den nächsten folgen so kommt wird spannend dass da so ein like da und abo und schreibt was in die kommentare was ihr denkt was in der nächsten folge passiert tschau tschau habe ich lieb tschau 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 tschau